Hochschule oder Bühne? Hochschulbühne am Schwanenteich. So hat unsere Crossmedia-Kampagne für die Hochschulbühne am Schwanenteich begonnen. Ziel war es, innerhalb von acht Monaten das studentische Theater der Hochschule Mittweida öffentlichkeitswirksam zu vermarkten und Mitglieder für das nächste Jahr zu werben. Unsere Zielgruppen? Studierende der Hochschule, Angehörige und Hochschulpersonal und natürlich die Einwohner der Stadt Mittweida. Mit dem Slogan Was für ein Theater konnten wir diese Gruppen humorvoll und unterhaltsam ansprechen. Aufmerksamkeit wecken, unterhalten, überzeugen. Durch innovative Formate und kreative Strategien konnte unsere Kampagne Crossmedial Wirkung zeigen. Unser Leitkanal war dabei Social Media, mit dem Fokus auf Instagram. Hier haben wir informative Beiträge veröffentlicht, interaktive Gewinnspiele veranstaltet sowie lustige und überzeugende Werbefilme gepostet. Und du erinnerst dich an den Küchen! Gleichzeitig konnten wir mit aktivierenden Erklärvideos und Animationen um qualifizierten Nachwuchs werben. Aufgrund der Corona-Pandemie konnten wir im Jahr 2020 keine Events veranstalten. Wir mussten umdenken. Event-Marketing wurde zu Online-Marketing. Auf Mittweida-Wahrzeichen wurde nicht analog projiziert, sondern digital. Um die Hochschulbühne am Schwanenteich finanziell zu unterstützen, haben wir außerdem eine Crowdfunding-Kampagne ins Leben gerufen. Die mussten wir allerdings frühzeitig beenden, da das Hochschultheater in diesem Jahr nicht spielen konnte. Trotzdem war das Crowdfunding ein voller Erfolg. In weniger als 24 Stunden konnten wir unsere Finanzierungsziele erreichen und insgesamt 444 Euro einsammeln. Ermöglicht haben wir das mit einem Spendenaufruf über alle Kanäle und Plattformen. Und dabei hat unser Pitch-Video für Aufmerksamkeit gesorgt. Um die Kasse dann wieder auszugleichen, benötigen wir eure Hilfe. Auch die breite Öffentlichkeit konnten wir über Erfolge und Änderungen der Kampagne informieren. Durch strategische Medienarbeit wurde die Hochschulbühne insgesamt siebenmal in der lokalen und regionalen Presse erwähnt. Eine Anlaufstelle für Interessierte war unsere brandneue Website. Passend zur Hochschulbühne entwickelten wir ein Corporate Design, das unserer Kampagne ein einheitliches und ansprechendes Bild verliehen hat. Die Cross-Media-Kampagne der Hochschulbühne am Schwanenteich konnte mit Erfolg die Bekanntheit des Projektes steigern, die Zielgruppen überzeugen und das Image pflegen. Allein über Social Media konnten wir knapp 46.000 Impressionen erzeugen. Was für ein Jahr! Was für eine Kampagne! Was für ein Theater!